Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Aktienfieber. Heute geht es um Intel. Die Firma wird wahrscheinlich jeder kennen, die kommen aus den USA und wurden 1968 gegründet. Wie immer unsere Gliederung, die kennt ihr mittlerweile. Denkt aber bei dem Video bitte auch wieder daran, das Video stellt keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung dar und ebenso geben wir keine Garantie auf die Vollständigkeit oder die Korrektheit der vorgestellten Daten. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Der CEO von Intel, das ist Pat Gelsinger, der ist erst seit diesem Jahr CEO, nämlich seit 2021. Er hat mit 18 Jahren bei Intel gestartet, im Jahr 1979, hat dann während er bei Intel war, seinen Bachelor in Elektrotechnik gemacht, dann direkt seinen Master in Elektrotechnik drangehangen und auch seinen Master in Computer Science gemacht, also er hat zwei Masterabschlüsse hier. 2.1 wurde er dann zum CTO bei Intel, nachdem er einige Jahre eben dort gearbeitet hat, 2.12 ist er dann aber gewechselt und zwar wurde er dann CEO und zwar von VMware und dann ist er eben 2021 wieder zurückgekommen zu Intel, nachdem eben hier der CEO Bob Swan gefeuert wurde und somit wurde hier Pat Gelsinger wieder als neuer CEO eben eingesetzt und er hat auch einige Ex-Manager mitgebracht, mit denen er früher schon zusammengearbeitet hat hier bei Intel und die sind jetzt eben wieder am Ruder hier. Die Firmenbereiche von Intel, also was für Firmenbereiche hat Intel denn so wirklich? Also eigentlich haben sie so fünf Hauptgruppen, zwei davon machen eigentlich auch das wirkliche Geschäft aus und zwar sind das die zwei oberen, also CCG nennt Intel das abgekürzt und zwar Client Computing Group, könnt ihr ja da sehen, also die Plattform sind immer eben die Prozessoren zum Beispiel, die sie herstellen und das zweite, was ich jetzt hier nicht aussprechen wage, weil ich mich sonst nur blamieren würde, das sind eben einfach Zubehöre und sowas, die sie da noch dazu verkaufen eben. Wir sehen hier, dass sie da in den neun Monaten diesen Jahres bei der Client Computing Group einen leichten Umsatzzuwachs hatten von so einer Milliarde circa, also die Client Computing Group macht eben die Prozessoren für die Endanwender aus, also zum Beispiel Notebooks oder aber auch Desktop-PCs, also alles, was du und ich hier als Endanwender in unseren Computer oder Laptops oder sowas eben drin haben und die Data Center Group, das ist dann eben die DCG, also der zweite Bereich hier, der macht dann eben die Prozessoren und Plattformen für zum Beispiel die Cloud-Anbieter, Unternehmen generell, Forschungsanwendungen, also Forschungsinstitute und Universitäten und sowas oder natürlich auch NASA und sowas, also solche Forschungseinrichtungen und natürlich auch für Regierungen bieten sie da Produkte an, also da kommen dann wirklich die Hochleistungsprozessoren eben rein. Da hat sich der Umsatz hier leicht verringert, nämlich oder relativ stark sogar verringert, nämlich um 1,5 Milliarden hier circa. Dann haben sie den Internet of Things Bereich hier mit einmal den Internet of Things Anwendungen eben und dann noch Mobileye, also quasi der autonomen Fahrengruppe hier beziehungsweise der Fahrassistenz als Themengruppe von ihnen und natürlich hier die Internet of Things Group, also da bieten sie High-Performance-Computing-Lösungen für Branchen wie zum Beispiel Industrie, Gesundheit oder den Handel an, der dann quasi dort direkt in der Industrie einsetzbar ist. Dann haben sie hier noch die NSG Group und zwar ist das einfach die Produktion von diversen Speicherlösungen, also zum Beispiel von SSD-Speichern. Da haben sie ein sehr, sehr gutes Wachstum auch in den letzten Jahren hinlegen können. Man sieht jetzt aber hier, die letzten neun Monate ist es doch ein bisschen abgeflacht im Vergleich zu den letzten neun Monaten hier 2020 und dann haben sie noch die PSG Group, also die Produktion von programmierbaren Prozessoren für viele verschiedene, diverse Anwendungen, macht die aber auch nur einen relativ kleinen Umsatzbereich hier mit anderthalb Milliarden circa insgesamt aus. Insgesamt hat sich der Umsatz in den letzten neun Monaten um so sechs bis siebenhundert Millionen eben erhöht im Vergleich zum Jahr 2020. Gehen wir mal auf die neue Strategie von Intel ein und zwar IDM 2.0, also den Integrated Device Manufacturer 2.0. Und zwar ist das einfach eine Strategie von Pat Gelsinger im Endeffekt, um Intel wieder an die Spitze der Chip-Industrie zu bringen und sie haben da eben einiges vorgestellt, also zum Beispiel eine neue Roadmap von den neuen Chips beziehungsweise Prozessoren, die sie rausbringen wollen, ein neues Geschäftssegment, neue Fabriken, die sie aufbauen wollen und auch das Benutzende von Auftragsfertigungen. Also um einen ganz kurzen Überblick vielleicht über die Chip-Industrie zu geben, für die, die es noch nicht wissen, viele Chip-Hersteller beziehungsweise viele Firmen, die eben Chips benötigen, also natürlich zum Beispiel Apple oder aber auch Amazon oder sowas oder natürlich aber auch Qualcomm, also Leute, die hier die Snapdragon-Handy-Prozessoren und sowas bauen und eigentlich alle, die wirklich Chips benötigen, auch Nvidia oder AMD, gehen eigentlich zu so Fabless-Produzenten, also im Endeffekt eigentlich TSMC, die haben hier mit Abstand den größten Marktanteil, da gibt es natürlich auch noch kleinere wie Global Foundries und sowas, aber TSMC ist eigentlich der bekannteste. Und die normalen Firmen, die Chips produzieren, oder nicht produzieren, sondern die Chips designen, die haben gar keine Produktionsstätten mehr eigentlich wirklich. Also Nvidia zum Beispiel baut ihre Chips nicht mehr selber, die lassen die sich liefern und bauen dann ihre Endprodukte daraus zusammen. Genauso macht es Apple, die produzieren auch keine Chips selber, sondern die designen diese Chips und lassen sie dann von TSMC jetzt produzieren. Früher haben sie eben von Intel hier Chips geliefert bekommen und das nennt man dann eben dieses Fabless-System. Also Fabless bedeutet ohne Fabriken eben, sie haben keine Fabriken mehr, sondern sie designen nur noch, schicken die Designs dann an die Foundries, so nennt man eben diese Chip-Hersteller dann, die Auftragsfertiger und die produzieren dann eben die designten Chips im Endeffekt für diese Endhersteller oder diese Endgeräte-Hersteller, die dann eben wiederum an die Endverbraucher verkaufen. Intel ist bisher eigentlich so eine richtige Ausnahme gewesen, weil Intel so ziemlich der letzte Bastion ist, die ihre Chips wirklich noch selber produziert. Also Intel lagert nichts aus an TSMC zum Beispiel. Intel produziert alle Chips, die sie selber haben, alle Prozessoren produzieren sie noch selber und das hat eben in den letzten Jahren etwas an Performance gekostet, weil sie etwas schlechter abgeschnitten haben eben als TSMC und deshalb sind sie da in so eine kleine Krise reingeschlittert, auch der Börsenwert ist ziemlich abgekratzt von Intel und genau das ist eben diese IDM 2.0-Strategie, die jetzt eben dort angreift, um genau diesen in Anführungszeichen Rückstand auf die anderen eben wieder aufzuholen und eben wieder der, es steht auf der linken Seite, Leading Provider of Silicon Globally zu werden, also um eben wieder der Größte, beziehungsweise nicht unbedingt Größte, der Größte sind sie immer noch nach Absatzmenge, aber auch der technologisch führende Halbleiter, Hersteller eben der Welt zu werden. Schauen wir uns mal die einzelnen Bereiche genauer an und zwar als erstes die Roadmap. Sie haben eine neue Roadmap vorgestellt und zwar gehen sie weg von der Benennung der Chips nach den Nanometeranzahlen. Also traditionell war es ja so, da kann ich euch auch gerne mal das ASML-Video dazu verlinken, da habe ich das auch schon mal erklärt, diese Nanometeranzahl, also ihr kennt bestimmt alle die Begriffe 10 Nanometer oder 10 Nm, wie es da auch auf der linken Seite steht, 7 Nm, 5 Nm, das bedeutet ja eigentlich quasi die Größe des Chips. Also das ist, wie groß der Chip ist, dachte man zumindest, beziehungsweise das war mal so. Mittlerweile ist es aber so, dass diese Begriffe sich eigentlich zu einem reinen Marketingbegriff eben entwickelt haben und Intel hier so einen kleinen strategischen Fehler, sage ich mal, begangen hat und zwar die Chip-Generation immer so ein bisschen später als TSMC rausgebracht hat, beziehungsweise einen sehr, sehr großen Schritt von 14 auf 10 Nanometer eben gemacht hat und somit hat sich dieser 10 Nanometer-Chip verspätet und deshalb sind sie jetzt quasi eine Generation hinter TSMC. Also TSMC produziert gerade massenmäßig die 7 Nanometer-Chips und Intel produziert massenmäßig eben die 10 Nanometer-Chips. Mit der tatsächlichen Strukturgröße, also der Gate-Length quasi, auf diesem Transistor hat es eigentlich nichts mehr zu tun. Also es ist da wirklich völlig davon abgegangen. Es ist einfach nur noch ein Marketingbegriff, was einfach immer weiter runter geht. Also das heißt, bedeutet nicht, dass Intel hier nur mit 10 Nanometer fertigen kann oder TSMC hier mit 7 Nanometer fertigen kann. Das ist völliger Quatsch. Es geht vielmehr eigentlich um die Transistorendichte, die werden wir uns später aber auch nochmal angucken. Intel hat jetzt aber erkannt, dass das eben nicht zielführend ist, hier immer weiter mit diesen Nanometern zu machen und dass es auch ihrem Börsenwert wehtut, weil selbst große institutionelle Investoren, habe ich mir einige Berichte durchgelesen, verstehen diesen Unterschied einfach nicht und berufen sich darauf, dass die Transistorendichte von Intel ja deutlich geringer wäre als die von TSMC, weil eben hier Intel nur mit 10 Nanometer oder 14 Nanometer massenmäßig fertigt und TSMC eben mit 7. Und deshalb nennen sie ihre Produkte jetzt um und zwar nennen sie den 10 Nanometer Prozess jetzt hier um in Intel 7, den 7 Nanometer Prozess in Intel 4, ich glaube der 5 Nanometer Prozess war es dann, den sie jetzt in Intel 3 umbenannt haben und so weiter. Danach haben sie ja eh noch keine wirklichen Prozesse eigentlich angekündigt gehabt. Diese Roadmap hier bezieht sich jetzt auf die neuen Produkte, die Intel eben rausbringt. Und zwar der Intel 7, das ist eben jetzt der nächste Chip, der rauskommen soll, der geht jetzt gerade so in die Massenproduktion, der bringt eine Verbesserung um 10 bis 15 Prozent pro Watt, also das ist quasi eine Maß für die Leistung im Verhältnis zum Energiekonsum von diesem Chip oder von diesem Prozessor. Und der startet eben die Produktion in 2021, wie gerade schon gesagt, also die Massenproduktion läuft jetzt dann schon an und der ist eben für den Alder Lake Prozessor, also für den Endanwender quasi verfügbar und Anfang 2022, also in ein paar Monaten, soll dann der erste Chip quasi mit diesem Prozess, also der Intel 7 Chip davon, für die Serverprozessoren rauskommen, also dann auch für die quasi Cloud-Anwender und die großen Firmen dieser Welt, die eben diese Chips dann brauchen. Dann kommt der Intel 4, das ist eben dann ein Chip, der eine Verbesserung um 20 Prozent Performance pro Watt bringt. Der Produktion statt davon wird in der zweiten Hälfte 2022 sein und das Shipping wird Anfang 2023 starten. Ebenfalls wird bei diesem Chip zum ersten Mal die EUV-Lithographie zum Einsatz kommen, auch da verlinke ich euch gerne meine ASML-Analyse, wenn ihr genauer wissen wollt, was eben EUV-Lithographie ist. Bei Intel 3 haben wir dann 18 Prozent Performance pro Watt Verbesserung, das ist dann eben in der zweiten Hälfte von 2023, also da soll eben dann die Produktion beginnen und dann kommen wir quasi zu einer neuen Ära der Chips. Man sieht es auch an der Benennung und zwar wird jetzt hier nicht mehr nur mit Zahlen benannt, sondern sie leiten jetzt hier ein neues Zeitalter ein, nämlich die Intel 20A, das Intel 20A-Zeitalter beziehungsweise das generelle A-Zeitalter und da haben sie eben dann zwei neue Technologien, also der soll starten in der ersten Hälfte 2024, also ist schon noch relativ weit hin und dort kommen zwei neue Technologien zum Einsatz und zwar zum ersten Mal kommt der Ribbon FET zum Einsatz und das ist die erste neue Transistoren-Architektur Intels, seit sie eben 2011 hier, ich glaube, SuperFinWars eingeführt haben, lagert mich nicht fest auf diesen Begriff gerade, dann gibt es da, also das ist eben eine neue Transistoren-Architektur, welche eben natürlich hier neben der reinen Verkleinerung der Strukturgrößen nochmal neue Performance bringt und dann gibt es noch Powervia, das ist die Stromversorgung von der Unterseite des Siliziums, des Prozessors, also das kommt quasi dann von der Unterseite, soll hier die Stromversorgung kommen, wodurch die Wege in diesem Prozessor quasi kleiner werden sollen, ich bin kein Elektroingenieur, also bitte nicht hier hundertprozentig drauf festnageln, was ich hier sage, ich kann es nur so wiedergeben, wie ich es verstanden habe, eben von Intel direkt und somit soll da quasi die Reaktionswege verkürzt werden, womit auch die Performance verbessert wird und natürlich auch der Stromkonsum geringer werden soll. Mit diesem Chip soll dann spätestens die Performance per Watt Parity, also quasi das Gleichziehen mit AMD beziehungsweise eben seinem Auftragsfertiger, nämlich TSMC, erreicht werden. Also beim Intel 20a soll Intel pro Performancepunkt quasi, genau oder pro Watt genau gleich von der Performance wieder sein, wie AMD beziehungsweise eben der Auftragsfertiger TSMC spätestens. Mit Intel 18a, der kommt nämlich danach, also ihr merkt schon, so geht es dann weiter, es wird wahrscheinlich dann bei 16, 14a und so weiter gehen von der Benennung her. Bei Intel 18a soll dann Intel die Performance per Watt Führerschaft wieder übernehmen, also das haben sie sich selber als Ziel gesteckt, dass sie bei Intel 18a wieder der Führer sind in diesem Bereich, also der führende Chip-Hersteller quasi von der Leistung her und dieser Chip soll auch der erste Chip sein, welcher mit High NA, also High Numerical Aperture, hergestellt wird. Da auch gerne meine ASML-Analyse angucken, wenn ihr wissen wollt, was das ist. Zudem soll es natürlich auch noch weitere Verbesserungen der neuen Architektur und der neuen Technologien geben. Anfang 2025 soll dieser Chip eben hier rauskommen. Zur Transistorendichte habe ich ja vorher schon was gesagt und zwar möchte ich das hier mal noch ein bisschen vergleichen, warum man diese Prozessnahmen nicht einfach miteinander vergleichen kann und sagen kann, TSMC oder Samsung ist ja der nächste oder die zweitgrößte Foundry hier im Endeffekt, die kann man eigentlich nicht vergleichen, die Prozessschritte. Und zwar sehen wir hier unten die Prozessschritte von 28 Nm bis eben 7 Nm hier. Und zwar können wir jetzt hier mal sehen, Intels 14-Nanometer-Prozess ist eigentlich vergleichbar mit den Prozessen von TSMC und Samsung, welche hier im 10-Nanometer-Bereich stattfinden. Also wir haben hier eine Transistorendichte von 43,5. Ich glaube, das müssten hier Milliarden Transistoren pro Quadratmillimeter sein. Irgendwie sowas ist es die Maßeinheit, glaube ich. Und man sieht hier, Intel hat hier 43,5, während hier TSMC bei 48,1 und Samsung bei 51,82 liegt. Und der neue Prozessor jetzt von Intel oder die neue Technologie, nämlich 10 Nm, was jetzt hier an Massenproduktion geht, hat hier eine Transistorendichte von mehr als dem Doppelten, nämlich 100,8. Und TSMC hat hier bei 10 Nm, ja wie gerade eben angesprochen, gerade mal in Anführungszeichen 50. Das ist aber auch gar nicht miteinander vergleichbar, sondern vergleichen muss man das eigentlich mit den Prozessen von den 7 Nm Prozessen von Samsung und TSMC, welche hier eine Transistorendichte von 95,3 haben eben bei dem Prozess. Also wenn man jetzt die zweimal vergleicht, dann sieht man hier, dass Intel zwar faktisch schlechter aussieht, weil sie hier 10 Nm haben und TSMC quasi hier mit 7 Nm prahlen kann. Die Transistorendichte gibt sich aber eigentlich nichts, also eigentlich sind sie auf dem selben Niveau, beziehungsweise Intel liegt von der Transistorendichte, sogar drüber über dem 7 Nm Prozess. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ja, Intel bringt gerade aber erst den 10 Nm Prozess auf den Weg oder in die Massenproduktion und er wird jetzt dann erst langsam erhältlich sein. TSMC hat den schon längst in der Massenproduktion und forscht schon oder ist schon relativ weit am 5 Nm Prozess, welcher natürlich auch wieder eine kleinere Steigerung gegenüber diesem 7 Nm Prozess von TSMC haben wird. Keine Frage, das ist definitiv hier ein großer Vorteil von TSMC. Also sie haben definitiv die Technologieführerschaft, das möchte ich gar nicht abstreiten. Ich möchte einfach hier mit nur zeigen, dass diese Technologieführerschaft von TSMC nicht so weit ist, wie einige andere schon sagen oder denken, weil sie eben nur diese Nanometer Begriffe haben, sondern ich möchte hier einfach nur aufzeigen, dass der 10 Nm Prozess von Intel ganz gut eigentlich mit dem Massenprodukt hier 7 Nm von TSMC mithalten kann und dass sie nicht so weit abgeschlagen sind und dass die Technologieführerschaft nicht so weit weg ist und nicht so ungreifbar ist, wie eben in vielen Portalen immer wieder gesagt wird, wo dann eben angepriesen wird, ja, Intel ist ja gerade noch beim 14 oder beim 10 Nm Prozess und TSMC forscht schon an 5 Nm oder an 3 Nm. Das möchte ich hier einfach nur noch mal einmal, ein für alle Mal quasi damit klarstellen. Dann kommen wir zum neuen Geschäftssegment von Intel und zwar sind das die Intel Foundry Services. Und wie vorher schon angesprochen, Foundry, das waren ja diese Auftragsfertiger. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, hä, aber was will denn jetzt Intel quasi mit diesen Foundry Services? Also Intel möchte jetzt auch Auftragsfertiger für andere Unternehmen werden. Also sie möchten jetzt Halbleiter herstellen für andere Unternehmen, die bisher quasi hier bei TSMC oder Samsung bestellt haben. Sie treten damit in direkte Konkurrenz zu TSMC und Samsung. Bisher war Intels direkte Konkurrenz ja eher AMD, weil die ja auch Prozessoren herstellen und nicht wirklich TSMC. TSMC war nur der Konkurrent in Hinsicht von technologischer Sicht, also sie mussten nur technologisch mit TSMC konkurrieren, nicht aber absatztechnisch, weil das ein komplett anderer Bereich war. Da war eben der oder ist eben der Hauptkonkurrent eigentlich AMD aktuell durch eben die Prozessoren. In Anführungszeichen auch noch Apple zum Beispiel mit ihren eigenen Prozessoren, wobei die ja nur in ihren eigenen Geräten verbaut werden. Intel hat ja im Endeffekt keine eigenen Endgeräte, sondern verkauft die dann ja weiter an andere. Jetzt treten sie aber wirklich in direkte Konkurrenz zu TSMC oder Samsung und die ersten Kunden haben sie auch schon an Bord, nämlich AWS, also die Cloud Services hier von Amazon und auch Qualcomm, die beide auch Kunden von TSMC und Samsung sind. Also AWS möchte hier Intels Packaging Services für ihre eigenentwickelten Serverprozessoren eben in Auftrag nehmen und Qualcomm möchte hier die Intel 20a-Technologie beziehen ab 2024, also die gerade angesprochene Technologie eben oder den angesprochenen Prozessor oder Chip, wie man auch immer das nennen möchte, der eben ab 2024 hier bereitstehen soll. Und ich finde, das ist schon mal wirklich eine Aussage, dass hier Qualcomm wirklich einer der größten hier ja Integrated Device Manufacturer eigentlich ja im Endeffekt die Chips von Intel beziehen möchte, diese 20a-Technologie und das sollte auch wirklich eigentlich beweisen, dass diese 20a nicht nur irgendein Geschwätz von Intel ist, was sie jetzt hier mal sagen, um halt wieder ein paar Milliarden Börsenwert zu haben, sondern dass hinter dieser Technologie, glaube ich, wirklich was stecken kann, womit sie hier wirklich wieder die Technologieführerschaft übernehmen könnten oder zumindest auf jeden Fall gleichziehen mit TSMC. Und ich denke mal, das ist wirklich schon ein sehr, sehr gutes Signal hier auf jeden Fall für Intel beziehungsweise natürlich für uns jetzt hier als Shareholder oder als möglicher Shareholder eben von Intel. Außerdem hat auch der Bau von zwei neuen Fabriken kürzlich begonnen in Arizona. Das könnt ihr auf der rechten Seite sehen. Da werden insgesamt 20 Milliarden US-Dollar investiert, um eben die neuen Kapazitäten dann zu bedienen, die sie eben dadurch hier schaffen müssen. Zudem ist es natürlich auch positiv, weil Intel durch diese Foundry dann alte Werke quasi benutzen kann, wo eben veraltete Technologie steht, die sie für ihre Hauptprodukte, für ihre Hauptprozessoren, Hochleistungsprozessoren eigentlich nicht mehr gebrauchen können, die sie dann aber immer noch verkaufen können an eben Anwendungen, die weniger Rechenleistung brauchen und deshalb auch günstige Prozessoren beziehen. Weil man muss sich ja auch vorstellen, natürlich ist es schön, die Technologieführerschaft zu haben im Bereich, aber es gibt sowieso so eine Knappheit, dass im Endeffekt sowieso fast jeder produzierte Chip eh wegkommt, weil es gibt eine enorme Knappheit, jeder wird jeden Chip nehmen, den er überhaupt irgendwie kriegen kann und die wenigsten Chips, die wirklich benötigt werden, müssen High-End-Chips werden. Also nicht jeder Chip muss so eine Rechenleistung haben, wie ein Chip, der für ein Cloud-Unternehmen bereitgestellt wird. Also der private PC braucht lang nicht so eine Rechenleistung, kann deshalb auch mit einer viel, viel geringeren Transistorendichte auskommen. Genauso die Chips für Autos oder sowas in die Richtung oder für viel, viel, ja, ich sag mal irrelevantere Anwendungen, die brauchen gar nicht so eine Rechenleistung. Heißt, es geht da gar nicht unbedingt immer nur darum, die höchste Rechenleistung zu haben. Das ist natürlich ein schönes Prestigeding, den leistungsfähigsten Chip zu haben, aber im Endeffekt braucht man das nicht unbedingt, um seine Chips überhaupt loszuwerden. Intel strebt es natürlich trotzdem an, was natürlich auch richtig ist, weil sie ja auch die großen Cloud-Unternehmen bedienen wollen, weil da ja natürlich auch gute Margen fähig sind. Aber mit diesen Foundry-Services schaffen sie jetzt eben einen neuen Bereich, um auch eher die kleineren, schlechteren Chips, sag ich mal, im Endeffekt loszuwerden, beziehungsweise eben die Kapazitäten, die dafür noch zur Verfügung stehen, eben auszulasten und dort dann eben auch noch etwas mitzunehmen und diese Maschinen dann voll auszuschöpfen und noch voll den Deckungsbeitrag von denen eben im Endeffekt mitzunehmen. Zudem investiert Intel auch noch 3,5 Milliarden US-Dollar in New Mexico, um eben eine Erweiterung der Packaging-Kapazitäten hier zu erreichen. Und in diesem Segment, finde ich persönlich, liegt dann auch noch wirklich einiges an Potenzial, weil eben die Konkurrenten, die sie aktuell haben, hier zu Kunden werden könnten. Also Qualcomm und AWS sind jetzt quasi hier schon Partner geworden, wie ja vorher angesprochen. Möglicherweise zum Beispiel lagert ja Apple auch wieder einen Teil seiner Produktion an Intel aus. Also früher hat ja Apple zum Beispiel die Produkte von Intel bezogen, also die Prozessoren direkt bezogen. Jetzt will Apple ja seine eigenen Prozessoren herstellen. Sie haben ja aber keine Foundry und deshalb lagern sie das eben an TSMC aus. Wenn jetzt aber Intel hier in der Foundry aufbaut, könnte es ja sein, dass Apple seine Chips, die sie designen, bei Intel produzieren lassen in der Foundry. Somit sind es immer noch Apples eigene Chips auf ihrer eigenen Architektur, aber sie sind wieder bei Intel produziert. Intel hat wieder den Umsatz mit Apple, Intel hat wieder Apple als Kunden. Plus Apple könnte damit werben, dass eben die Chips oder die iPhones zu einem größeren Teil eben in den USA produziert werden, was im US-Markt und auch im ganzen anderen westlichen Markt sicherlich sehr, sehr gut ankommt, wenn die eben nicht mehr in Taiwan, sondern jetzt wieder in den USA produziert werden. Also ich denke, auch da ist strategisch, glaube ich, für Intel auf jeden Fall ein großer Vorteil über dem Konkurrenten TSMC, nicht nur auf Apple bezogen, sondern auf einige andere europäische oder westliche Firmen. Also da glaube ich, dass definitiv schon ein großes Potenzial hier liegen kann für eben Intel. Zudem haben sie auch beschlossen, dass es quasi eine Auslagerung geben wird. Und zwar hat Pat Gelsinger selber bekannt gegeben, dass einige Prozesse eben ausgelagert werden sollen an Auftragsfertiger, also eben TSMC, an zum Beispiel Samsung Semiconductors oder auch an Global Foundries. Also genau solche Foundries, die eben nur sowas machen, also hier nur Chips für andere produzieren und dann eben das Design von diesen Firmen bekommen, um eben quasi hier die höherwertigeren Chips herzustellen, bis eben Intels eigene neue Prozesse dann wirklich hundertprozentig laufen und dann auch massentauglich sind. Also da werden sie definitiv solche Möglichkeiten noch zur Unterstützung nehmen, um sich hier eben keine Marktanteile abluxen zu lassen und um eben ihre Wettbewerbsposition im Endeffekt einfach zu sichern. Schauen wir uns mal die Q3-Quartalszahlen an. Und zwar gab es da wirklich einen Abverkauf, der seinesgleichen sucht nach Quartalszahlen, also 10% ist die Aktie hier eingebrochen, direkt nach den Quartalszahlen. Was war die Ursache? Also der Hauptgrund dafür war eigentlich der geringere Managementausblick. Der CEO hat hier gemeint, dass es eine geringere Bruttomarge geben wird die nächsten Jahre, weil man eben in Wachstum investieren muss und natürlich auch sehr, sehr große Investitionen im Bereich von 25 bis 28 Milliarden pro Jahr nötig werden. Investiert wird in Forschung, in neue Fabriken, in EUV-Lithografie-Systeme. Gerne auch meine ASML-Analyse dazu angucken, wenn ihr wissen wollt, was das genau ist und wie viel so ein Ding auch kostet. Das ist wirklich sehr, sehr teuer, muss man sagen. Gelsinger selbst hat dann gesagt, er ist sich bewusst, dass er mit einem konservativeren Kurs vermutlich kurzfristig deutlich, deutlich bessere Ergebnisse hier erzielen würde, aber langfristig das eben große Opfer fordern würde. Ich persönlich muss sagen, ich verstehe die Intel-Investoren nicht, vor allem auch die Analysten nicht, die ihre Ziele für Intel, also ihre Kursziele angepasst haben, stark angepasst haben daraufhin und es daraufhin natürlich hier auch zu diesem Abverkauf kam. Da waren sicherlich auch einige Institutionelle dabei, was ich wirklich in keinster Weise nachvollziehen kann. Also dieser Kurs, genau dieser Kurs war eigentlich gefordert von denselben Investoren, die jetzt im Endeffekt verkauft haben, weil sie haben den damaligen CEO, also am Jahresanfang, nämlich Bob Swan, eigentlich wegen genau diesen Sachen, diesen kurzfristigen Ereignissen, vor langfristige Entwicklungen hier zu stellen. Genau deshalb wollten sie ihn weghaben, haben ihn rausgemobbt sozusagen aus dem Unternehmen, weil er eben so eine Zahlenverliebtheit hatte. Also er hat sich nur auf die Zahlen fokussiert und eben nicht auf die Technologie und sie wollten einen CEO mit einer Technologieaffinität, den haben sie jetzt bekommen. Der schlägt genau diesen Kurs ein, wirklich einen radikalen Kurs, muss man sagen. Er setzt viele Dinge schon um, er hat einen neuen Geschäftsbereich geschaffen, er hat neue Technologien vorgestellt, er ist sehr, sehr transparent, wie ich finde, mit seinen Aktionären und trotzdem flüchten die Aktionäre jetzt aus dieser Aktie, ja, als wäre es jetzt hier gerade das Schlimmste passiert, als hätte Intel quasi aufgegeben diesen ganzen Kurs. Das muss ich wirklich sagen, verstehe ich nicht. Für mich persönlich ist der technologische Ausblick Intel so gut wie seit Jahren nicht mehr und Gelsinger beweist wirklich eine richtige Handlungsstärke, das ist genau der richtige Mann, glaube ich, für diesen Umbruch jetzt gerade und für mich ist dieser Abverkauf einfach komplett unverständlich, muss ich sagen, vor allem im Hinblick darauf, dass Intel ja schon vor diesem Abverkauf sehr, sehr günstig war und jetzt aktuell haben sie, glaube ich, eine Market Cap von um die 200 Milliarden, was natürlich für einen Konzern, der 20 Milliarden an Gewinn hat, eigentlich schon fast lächerlich ist im Hinblick auf immer noch eigentlich die Führerschaft in diesem Bereich und auf eine mögliche Technologieführerschaft in den nächsten Jahren wieder und so einen super CEO, also für mich ist das wirklich ein sehr, sehr unverständlicher Abverkauf und eigentlich nur eine Nachkaufgelegenheit, wenn ich das jetzt mal aus persönlicher Sicht hier ja bewerten kann. Dann noch der letzte Bereich und zwar ist das auch ein sehr, sehr interessanter Bereich. Bei Intel fokussiert man sich ja eigentlich auf die Chips und sowas, aber was ist, wenn jetzt Intel plötzlich noch in einem ganz anderen Bereich, nämlich im autonomen Fahren, hier plötzlich ein ganz, ganz großer Player wird? Wie wird Intel denn dann bewertet? Das ist wirklich auch eine interessante Überlegung, finde ich, weil sie hier ja 2017 eine israelische Firma, nämlich Mobileye, gekauft haben. Mobileye haben sie damals zu 15 Milliarden US-Dollar aufgekauft, was wahrscheinlich heute als Schnäppchen betrachtet werden könnte. Und zwar erstens mal haben sie pro Jahr, also nicht pro Jahr, sondern in den letzten neun Monaten einen operativen Gewinn erwirtschaftet von 361 Millionen US-Dollar, was circa auf ein 30er KGV auf den Kaufpreis gerechnet hier rauskommt. Sie wachsen schnell, plus sie haben diese autonome Fahren-Fantasie, was vielleicht weniger als eine Fantasie ist, wenn ich das mal so sagen darf und das werde ich auch gleich erklären. Was macht Mobileye, dass sie überhaupt Gewinn machen? Sie entwickeln Fahrassistenzsysteme und natürlich auch noch die Forschung zu autonomem Fahren. Diese Fahrassistenzsysteme werden an sechs verschiedene OEMs, also unter anderem Volkswagen, BMW, Nissan und Nio verkauft, die die dann eben auch einbauen in ihre Autos und somit haben wahrscheinlich viele, die hier in VW oder sowas unter den Zuschauern fahren, auch ein Mobileye-Gerät sozusagen und Chips und Kameras und sowas davon eben in ihren Autos selber drin. Was macht Mobileye jetzt anders als viele andere autonome Fahrenanbieter, also zum Beispiel Tesla oder Waymo und zwar fahren sie ein dualistisches System im Vergleich jetzt direkt zu Tesla. Tesla persönlich setzt ja nur auf Kameras und Musk hat ja zum Beispiel auch gesagt, alle, die hier auf LIDAR setzen, sind doomed, also sind ja verflucht quasi schon, weil sie auf LIDAR setzen, weil die so teuer sind und er schließt quasi, Mobileye hier im Gegensatz, schließt keins der beiden Systeme so wirklich aus und zwar ist der Ansatz von Mobileye, dass sie jeweils ein System entwickeln, nämlich eines, das auf Kamera basiert und eines, das auf LIDAR basiert. Beide Systeme sollen unabhängig voneinander autonom fahren können und diese Systeme sollen dann zum Schluss kombiniert werden und somit quasi Abgleiche untereinander schaffen. Also das Auto fährt quasi doppelt, kann man sich so vorstellen. Das Auto fährt doppelt, einmal auf LIDAR-Basis, einmal auf der Kamera-Basis. Beide Systeme sind dann im Auto verbaut und gleichen sich dann quasi ständig ab. Also es gibt einen ständigen Soll-Ist-Vergleich. Also wenn da irgendwas nicht passt, dann weiß man, man hat jetzt einen Fehler und dieses Auto sollte jetzt vielleicht nicht mehr weiterfahren, weil die zwei Systeme gerade nicht mehr aufeinander funktionieren. Und das bietet eben eine enorme, enorme Sicherheit im Vergleich zu anderen Systemen, die nur auf einem Ansatz entwickelt sind. Wenn da nämlich mal irgendwo ein Fehler ist, dann macht das Auto diesen Fehler einfach weiter, fährt irgendwo weiter und fährt dann gegen die nächste Wand. Zum Beispiel wie die Teslas, die durch die Kameras, weil sie etwas nicht entdeckt haben, in diesen LKW zum Beispiel reinkrachen. Und das möchte Mobileye eben verhindern und möchte damit eben quasi die Time zwischen den Errors, also zwischen den Fehlern, die sie machen, deutlich, deutlich oder drastisch sogar erhöhen eigentlich. Das ist eben dieser Ansatz, den sie da fahren. Die Daten, die sie dafür benötigen, werden gesammelt durch 40 Millionen Autos, die sie aktuell auf der Straße haben, in denen eben ihre Systeme verbaut sind, also durch eben ihre sechs großen OEM-Partner. Wie schon angesprochen, VW, BMW, Nissan und Nio sind da drunter. Mit Gidi haben sie jetzt zum Beispiel erst einen großen Vertrag abgeschlossen, wo sie auch ihre neuen Systeme einbauen. Und diese Systeme werden eben immer besser. Also sie haben mal angefangen mit Level 2 autonomen Fahren oder ja, was heißt autonomen Fahren? Das sind ja eigentlich ganz normale Spurhalteassistente und lauter so Zeug. Mittlerweile sind sie auf dem Weg, vollautonome Autos zu entwickeln. Also sie wollen zum Beispiel 2.22, Anfang 2.22 mit SIX zusammen in Deutschland. Das muss man sich mal vorstellen. Sie haben quasi den TÜV davon überzeugt. Das muss man jetzt mal hinbekommen. Sie haben den TÜV davon überzeugt, dass ihre Autos sicher genug sind, um hier auf der Straße einen Taxi-Dienst anzubieten. Mit SIX zusammen wollen sie Anfang nächsten Jahres einen Taxi-Dienst, einen autonomen Taxi-Dienst auf Deutschlands Straßen bringen, wo sie dann eben eingeladene Kunden, also über ihre eigene Move-It-App, die quasi Intel und Mobileye hier entwickelt haben, können sie dann Kunden einladen, die dann mit diesen Taxis eben fahren können und da möchten sie dann natürlich noch weitere Daten sammeln. Aber jetzt kommen wir mal noch mal zu diesem Datensatz. und zwar möchten sie hier eine ja so eine High-Definition-Map quasi entwickeln, wie das natürlich auch viele andere machen, außer Tesla. Tesla fährt ja den Approach, dass sie quasi keine Map machen, weil sie sagen, ja das wäre viel zu viel Aufwand, sondern die verlassen sich ja komplett auf die Kamera, also komplett darauf, dass das Auto alle Eindrücke, die es sammelt aus dieser Kamera, in Echtzeit verarbeiten kann und die richtige Entscheidung trifft. Und da sagt der Mobileye CEO, das ist völlig absurd aktuell, also das kann aktuell noch nicht funktionieren, das ist ein völlig absurder Versuch hier überhaupt, das kann irgendwann in der Zukunft funktionieren, das sagt er auch ganz klar so, aber aktuell ist das völlig surreal und er glaubt nicht, dass das wirklich auf die lange Zeit funktioniert. Also er sagt schon, dass es funktioniert, aber er sagt eben, dass die Zeiten zwischen den Unfällen, also oder nicht unbedingt Unfällen, aber dass die Zeit, wo dieses Auto eben versagt, wo das System versagt, sehr, sehr gering ist, und bei Mobileye ist es eben deutlich, deutlich größer durch eben diesen, durch diese High Definition Map. Und zwar wollen sie keine richtige High Definition Map machen, sondern eine sogenannte AV Map, also eine Autonomous Vehicle Map kreieren. Da machen sie dann eben sowas wie zum Beispiel unnötige Landschaftsinformationen rauszufiltern und viele andere kleine Informationen, wie zum Beispiel Verkehrsschilder zusetzen, also sowas mit, ja hier zum Beispiel, hier darf man rechts abbiegen, wenn hier, wenn rot ist zum Beispiel, also auch wenn rot ist, darf man rechts abbiegen und lauter so Zeug scannen sie quasi und verarbeiten das dann. Auch so Sachen wie übliches Verhalten anderer Autofahrer, also wie wird sich hier verhalten, wie fährt man hier wirklich, also nicht wie darf man hier fahren, sondern wie wird hier wirklich gefahren. Man möchte ja kein autonomes Auto machen, das eigentlich nur ein Verkehrshindernis ist, weil es sich an die Verkehrsregeln genauso hält, wie vorgegeben, sondern man möchte ein autonomes Auto entwickeln, was sich in den normalen Verkehr einbringen kann, als wäre ein ganz normaler Fahrer am Steuer. Dazu gehört dann natürlich auch die durchschnittliche Geschwindigkeit auf dieser Straße, also nicht wie viel ist erlaubt, sondern wie viel ist die durchschnittliche Geschwindigkeit. Wenn auf der Autobahn 120 erlaubt sind, fährt ja nicht unbedingt jeder 120, sondern dann fahren manche 100, manche fahren 140, da muss sich das Auto dann auch anpassen und lauter solche Kleinigkeiten werden hier gesammelt, gespeichert und dann in komprimierter Weise, also er sagt selber, das sind Kilobytes teilweise an Dateien, da wird nur das Wichtigste rausgefiltert und die werden dann quasi auf die Mobileye Server geschickt. Warum hat man hier einen kleinen Vorteil vor Tesla in meinen Augen? Und zwar haben sie diese Kameras, wie schon angesprochen, oder Kameras und Sensoren, diese Systeme eben im Endeffekt, in über 40 Millionen Autos von sechs verschiedenen Autobauern eingebaut und täglich werden hier acht Millionen Kilometer an Daten gesammelt. Also mit Mobileye Autos werden hier täglich acht Millionen Kilometer gefahren, was enorm ist, wenn man das mal hier im Endeffekt mit Tesla eigentlich vergleicht. Und zwar hat Tesla aktuell, oder beziehungsweise haben sie hier ja rausgefunden bei Tesla, dass sie drei Milliarden Meilen gefahren sind im Jahr 2020, im Jahr zwei, oder 21 war es irgendwo da, im Jahr 2018 sind sie also knapp zwei Jahre davor sind sie eine Milliarde Meile gefahren. Also habe ich hier eine kleine Berechnung angestellt und zwar haben sie dann ja zwei Milliarden Meilen Differenz hier gefahren innerhalb kurz unter zwei Jahre, wie es im Bericht heißt. Somit habe ich hier mit 650 Tagen mal gerechnet, um eben dieses kurz unter zwei Jahre reinzubringen und also als Toleranz einfach und geteilt gibt das dann jetzt hier drei Millionen Meilen pro Tag. Jetzt rechnet man diese Meilen in Kilometer um und dann hätten wir insgesamt 4,8 Kilometer, Millionen Kilometer pro Tag, die hier Tesla quasi sammelt an Daten. Der reale Wert wird wahrscheinlich irgendwo zwischen vier und sechs Millionen Kilometer liegen, weil eben diese Rundungsdifferenzen beziehungsweise eben diese Annahmen hier mit reinkommen. Also zum Beispiel die 650 Tage, das könnten wenige und auch mehr sein und auch die drei Milliarden Meilen sind entweder ein bisschen untertrieben oder ein bisschen übertrieben, je nachdem. Also kann man sagen, liegt Tesla hier zwischen vier bis sechs Millionen Kilometer. Mobileye liegt jetzt schon bei acht Millionen Kilometern und das, obwohl sie überhaupt dieses Netzwerk erst vor ein paar Monaten aktiviert haben und auch in noch relativ in Anführungszeichen wenigen Autos überhaupt diese fähigen Daten eingebaut haben. In 2024, wie man auf der rechten Seite sehen kann, möchten sie pro Tag eine Milliarde an gefahrenen Kilometern hier an Daten jeden Tag haben. Das ist quasi, also sie hätten an drei Tagen dann das an Daten gesammelt, was Tesla jetzt hier in den letzten paar Jahren gesammelt hat an Daten. Und das ist schon wirklich enorm, weil sie haben da halt einfach diesen enormen Skalierungsvorteil vor Tesla und zwar hat Tesla eben nur die eigenen Autos, sie benutzen hier aber quasi die Autos von VW, BMW, Nissan und so weiter, ihr habt es vorher gehört, haben also erstens mal die Eindrücke von vielen verschiedenen Autos, von vielen verschiedenen Autofahrern, nicht nur einen bestimmten Autofahrertyp, der Tesla Autofahrertyp ist sicherlich auch ein anderer, wie der da jetzt den VW oder BMW fährt und sie haben natürlich auch viel mehr andere Städte und Länder, also sie haben ganz ganz viele andere Länder, zum Beispiel viel mehr China, viel mehr Japan und sowas, als jetzt hier Tesla im Endeffekt. Tesla hat hauptsächlich hier die USA und auch noch ein bisschen Europa. Das ist bei Mobileye komplett anders, die haben eigentlich alle geografischen Bereiche der Welt, die sie hier abdecken können und deshalb ist es aus der Sicht des Mobileye CEOs natürlich und aus meiner Laien Sicht, sage ich jetzt mal, schon wahrscheinlich ein kleiner Vorteil hier vor Tesla und natürlich vor allen anderen, also Waymo zum Beispiel braucht man in diese Diskussionen gar nicht mit einnehmen, die haben nicht mal eine Million gesammelte Daten glaube ich insgesamt, also das ist wirklich ein ganz anderes Skalierungsding hier, aber Mobileye ist für mich persönlich wirklich ein Punkt, den man hier bei Intel, bei einer Intel-Bewertung nicht unbeachtet lassen darf, weil sie möglicherweise quasi von heute auf morgen keiner achtet auf Mobileye, weil sie eben nur ein Teil von Intel sind und nicht eigenständig sind, von heute auf morgen quasi hier vorkommen könnten mit einem autonomen Auto und sagen, ja das funktioniert jetzt und ja, es ist eigentlich besser als alles andere. Also ich würde sagen, Mobileye darf man hier definitiv nicht außer Betracht lassen und für mich einfach ein super spannendes Projekt hier und ich werde es auf jeden Fall in der nächsten Zeit weiter verfolgen, wie sich hier Mobileye weiterhin schlägt. Dann mal das Was wäre, wenn wir im Aktienfinder und zwar Was wäre, wenn wir vor 10 Jahren eingestiegen wären, da wären wir eingestiegen zu 19 Euro, US-Dollar natürlich, mittlerweile bei 50 US-Dollar eine Rendite hier von 218% aufs Jahr gerechnet, 10% insgesamt Kursgewinner hier 1576 und die Dividende hier 607 Euro, also auch ein guter Dividendenwert gewesen die letzten Jahre. 10% ist definitiv eine gute Rendite, die man hier erwirtschaftet hätte, jetzt keine massive Überperformance, aber definitiv mit dem Markt beziehungsweise ich denke mal je nachdem welchen Index, aber den Markt leicht überperformt, außer natürlich man schaut jetzt auf einen Nasdaq oder sowas, aber ansonsten eigentlich eine solide Aktie hier die letzten Jahre, vor allem eben auch durch die soliden Dividendenerträge hier jedes Jahr. Der Drawdown dann in der Finanzkrise, da wären wir gekommen von so 27 US-Dollar runter hier auf 12 US-Dollar, macht eine Rendite von minus 53%, gibt die Hälfte der Punkte. Dann kommen wir zur Kursbewertung hier und zwar sehen wir, dass Intel eigentlich immer etwas unterbewertet hier war nach dem fairen Gewinn und jetzt aber dann in den nächsten Jahren laut dem Aktienfinder hier deutlich, deutlich überbewertet wäre. Also wir können hier mal einfach reinschauen und zwar soll das eine Überbewertung von 15% circa ergeben, also das wäre wirklich schon enorm, vor allem bei der Ertragskraft, die Intel eigentlich hat. Das kommt eigentlich hauptsächlich daher, dass der Aktienfinder davon ausgeht, dass sie hier von 2,21 auf 2,22 27% ihres Gewinns verlieren, was natürlich schon, ja ich sag mal sportlich wäre. Das KGV von Intel hier wird berechnet mit dem Schnitt von 11,8, also eben dieser Wert und auch nach dem KCV wären sie fair beziehungsweise ganz leicht unterbewertet, hier sogar 2,24 überbewertet nach fairem KCV. Also ich muss sagen, ich finde den Aktienfinder sehr, sehr gut meistens, der kann da ja natürlich auch hier nichts dafür, das ist der Algorithmus hier einfach, der dahinter steht, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass dieser faire Wert, also 40 US-Dollar von Intel, definitiv kein fairer Wert für einen Konzern wie Intel ist. Mit dieser Ertragskraft, man muss sich mal vorstellen, in 10 Jahren hätte man seinen Gewinn hier erwirtschaftet, seinen Gewinn wieder erwirtschaftet, das bei sehr, sehr stabilen Erträgen eigentlich, was schon relativ wenig ist. Man hat auch eine gute Dividendenrendite von 3% hier, also ich glaube nicht, dass Intel hier mit solch einem KGV bewertet wird. Ich denke schon, dass Intel hier, wenn sie hier 2.3, 2.24 dann langsam beweisen können, dass sie quasi mit TSMC mithalten können, beziehungsweise sie technologisch überholen können, dass sie dann hier deutlich höher bewertet werden. Also man muss sich mal vorstellen, dass TSMC hier mit deutlich höheren Multiples bewertet wird. Wenn man jetzt mal den Schnitt des KGVs hier auf 15 anhebt, was ja jetzt auch nicht riesig ist, dann kommen wir hier schon in den faireren Bereich rein, aber ich denke auch mal, dass man Intel hier die nächsten Jahre nicht unbedingt nach fairem KGV bewerten kann, weil Intel die nächsten Jahre eher in so eine in Anführungszeichen Restrukturierungsphase kommen wird und hier erstmal investieren wird, bis sie dann in die sogenannte Harresting Phase kommen, also eben in die Erntephase, wo sie dann hier möglicherweise hier rum 2.6, 2.27 ihre Erträge, die sie hier gesät haben, dann eben ernten können und dann denke ich mal, dass das KGV hier auch bei 15 dann eher wieder so um die 70, 80, 90 US-Dollar oder so stehen wird, also ich glaube schon, dass Intel hier ja relativ weit unterbewertet ist, sage ich jetzt mal, oder was ist weit, aber dass Intel auf jeden Fall aktuell nicht billig, äh nicht teuer ist natürlich und ich kann mir schon vorstellen, dass man mit Intel hier die nächsten Jahre auf jeden Fall Bauchschmerzen haben wird, wenn man die im Depot hat, weil sie wahrscheinlich eher rumdümpeln werden, aber dass sich das auf die lange Frist vermutlich auszahlen kann, hier Intel eben im Depot zu haben und man ja auch sehr stabile Dividendenzahlungen, denke ich jetzt mal, die nächsten Jahre haben wird von so 3%, was ja die Rendite auf jeden Fall schon mal ganz gut aussehen lässt hier erstmal und man mit diesen 3% natürlich dann theoretisch auch nachkaufen kann, wenn man das eben möchte und deshalb glaube ich schon, dass Intel hier doch ein relativ gutes Invest ist, vor allem, wenn man sich jetzt mal vorstellt, wenn die Mobile-Eye-Fantasien irgendwann vielleicht reinkommen in den Kurs, dann könnte das hier ganz, ganz anders aussehen, also eigentlich ist hier in meinen Augen nur das Kerngeschäft wirklich bewertet und diese Mobile-Eye-Fantasie ist eigentlich nicht wirklich mit drin, wobei das natürlich in den nächsten Jahren definitiv mal noch in den Kurs reinspielen könnte, je nachdem natürlich, wie die Kommunikationsmaßnahmen von Mobile-Eye ausfallen werden und wie sie natürlich auch Tesla, beziehungsweise Waymo und alle anderen Konkurrenten hier eben schlagen werden im Vergleich zu Mobile-Eye. Kommen wir jetzt mal zu ein paar Hard Facts und zwar der operativen Stärke. Wir haben hier den Umsatz, die Umsatzentwicklung, die ist relativ unspektakulär, also der ist schon gestiegen in den nächsten Jahren, soll er relativ stagnieren, in Prozent auch sehr, sehr unspektakulär, die letzten zehn Jahre 4,26 Prozent pro Jahr, die nächsten drei Jahre soll er pro Jahr um minus 0,79 Prozent schrumpfen, also wie gesagt eben sehr, sehr stagnierend der Umsatz hier erstmal die nächsten Jahre. Die Bruttomarge, da haben wir hier natürlich eine absteigende Marge etwas, also von 64 Prozent kommen auf 56 Prozent, wie vorher schon angesprochen, der CEO hat schon gesagt, die wird auch in den nächsten Jahren noch etwas abflachen, weil man eben hier die Marktposition zurückgewinnen will im Endeffekt. Die operative Marge, ja, die sieht auch ganz gut aus, muss ich hier sagen, also 30 Prozent ist wirklich enorm, das ist wirklich sehr, sehr profitabel und sie haben hier auf jeden Fall eines der profitabelsten Geschäftsmodelle überhaupt, glaube ich, auf der Welt, also eine super, super Marge und einfach extreme Erträge, die sie hier rausholen. Vor allem, was mir gut gefällt, ist, dass sie nicht an Forschung und Entwicklung sparen, sondern eben mehr an Verwaltung, Marketing und Vertrieb, wo eben die Ausgaben eher, ich sage mal, in Sand gesetzt sind hier teilweise, bei sowas wie Verwaltung zum Beispiel, das trägt jetzt nicht unbedingt zur operativen Entwicklung bei und genau deshalb eigentlich ein gutes Bild. Die Gewinnkontinuität, die ist definitiv gegeben, also sie haben hier wirklich super Gewinne, sie haben eine super Ertragskraft von hier immer zwischen 15 und 20 Milliarden. Die nächsten Jahre soll der Ertrag ein bisschen runtergehen, hier auf so 17, 16 Milliarden rum circa, aber immer noch ein enorm, enormer Wert, also auch hier volle Punktzahl. Die Gewinnsteigerung, da sieht es dann natürlich in Anführungszeichen schlechter aus, weil sie eben keine Steigerung haben sollen die nächsten Jahre. Da soll der sich pro Jahr um 6,33 Prozent verringern. Das kommt aber auch nur daher, dass eigentlich von 2020 auf 2021 sich der Gewinn verringern soll, was aber im Endeffekt gar nicht mehr unbedingt stimmt. Also auf MarketScreener.com steht das ein bisschen anders, also da kommen eben diese Dinger her. Intel selber hat aber den Outlook gegeben, dass das eigentlich nicht mehr so stimmt, dass der Gewinn relativ stabil bleiben soll im Vergleich zu diesem Jahr. Im nächsten Jahr kommen dann vermutlich eher die Gewinneinbußen hier. Die letzten 10 Jahre im Durchschnitt 10,47 Prozent. Der Gewinn je Aktie, der ist steigend die letzten Jahre, das ist sehr, sehr schön, aber in nächster Zeit soll da natürlich auch wieder etwas abfallen, aber er wird wahrscheinlich eher nicht unter die 4 US-Dollar-Marke fallen. Also auch da eigentlich ein gutes Bild. Die Vorräte zum Umsatz, die sind in einem super niedrigen Niveau, volle Punktzahl. Auch die Abschreibung zum Umsatz, die sind in den letzten Jahren etwas angestiegen. Deshalb gibt es hier nur die Hälfte der Punkte, aber ganz generell haben sie natürlich durch diese Foundry, also weil sie eben selber herstellen, sehr viele Anlagen, sehr viele teure Anlagen eben, wie diese Lithographie-Maschinen zum Beispiel, woher natürlich auch die Abschreibungen hoch sind. Und in den nächsten Jahren denke ich mal, dass dieses Bild auch wieder relativ konstant, wenn nicht sogar ein bisschen höher sein wird, weil sie natürlich noch sehr, sehr viel investieren. Der Free Cashflow zum Umsatz, auch das ist eine super Marge hier von 25 Prozent. Der Return on Asset, der ist auch super, vor allem im Vergleich zur Bilanzsumme, die sie haben. Also die Bilanzsumme ist ja eigentlich enorm und darauf diesen Return noch zu erwirtschaften, ist schon heftig. Also 12,8 Prozent im Durchschnitt, das ist schon wirklich ein Klassewert. Die Eigenkapitalrendite, auch die ist super. 25,8 Prozent hier letztes Jahr, Klassewert. Die finanzielle Stabilität. Das Eigen- und Fremdkapital, sie haben hier mehr Eigenkapital als Fremdkapital, also eine super Finanzbasis. Das ist wirklich, wirklich enorm stark. Schauen wir uns hier mal das im Zeitverlauf an. Also die Eigenkapitalbasis stärkt sich eigentlich immer weiter. Sie kaufen natürlich Aktien zurück. Sie geben hier natürlich auch Dividenden aus. Also da natürlich hier eine leichte Verminderung immer wieder im Eigenkapital. Aber sie haben einfach so eine enorme Ertragskraft, dass das hier sich eigentlich nicht bemerkbar macht. Deshalb ein wunderschönes Bild. Die Langfristige zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten. Sie haben mehr Langfristige, also sie nehmen natürlich auch Schulden auf. Vor allem in der aktuellen Niedrigzinsphase macht das schon Sinn, um hier eben die Transformation zu beschleunigen. Ein schönes Bild. Die kurzfristigen Vermögenswerte hier bei 30 Prozent. Das ist auch noch voll im Rahmen. Also über 25 Prozent liegt das hier. Heißt, sie können eigentlich die meisten kurzfristigen Verbindlichkeiten, die anfallen, hier sehr, sehr gut bedienen. Der einbehaltene Gewinn, auch der ist steigend, hat sich hier knapp verdoppelt. Die letzten zehn Jahre. Ein gutes Bild. Die Ausschüttung zum Free Cash Flow. Sie haben eine Dividendenzahlung und eben Aktienrückkäufe. Die übersteigen aber den Free Cash Flow. Deshalb gibt es hier leider keine Punkte, weil sie eben die letzten drei Jahre hier doch schon deutlich den Free Cash Flow überstiegen haben. Aber das zeigt in meinen Augen auch natürlich, wenn es hier keine Punkte gibt, dass Intel seit 2018 seine Unterbewertung selber erkannt hat und seinen Aktionären hier im Endeffekt was Gutes tut, indem sie hier massiv Aktien zurückkaufen. Wobei das natürlich in den nächsten Jahren zurückgefahren wird. Also man sieht es auch schon jetzt. In den letzten neun Monaten, 2021, haben sie nur noch in Anführungszeichen drei Milliarden aufgewendet, um eben Aktien zurückzukaufen. Im Vergleich zu hier ja fast 15 Milliarden, die sie da aufgewendet haben die letzten Jahre, weil sie eben wissen, dass sie dieses Geld eher anderweitig brauchen, um jetzt nicht Aktien zurückzukaufen, sondern um eben zu investieren, um die Technologieführerschaft zu haben. Das ist auch ein Punkt, den Bob Gelsinger, äh, den nicht Bob Gelsinger, sondern hier Pat Gelsinger gemeint hat. Und zwar ist es natürlich ein Ding, hier Aktien zurückzukaufen, ist natürlich schön. Das ist genau sowas zu einer Finanzmathematik, was eben Bob Swan, also so ein Finanzmathematiker, eben hier machen würde in so einer Situation. Das ist natürlich super für die kurzfristige Ertragssteigerung, für die Aktionäre, aber für die langfristige Ausrichtung des Konzerns ist es jetzt gerade vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um genau sowas zu machen. Und genau deshalb hat hier auch, äh, Pat Gelsinger, die Aktienrückkäufe eben zurückgefahren. Finde ich, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Der Goodwill zum Einkampital, der kommt natürlich hier 2017 durch die Mobileye-Übernahme hier in Höhe von, ja fast, ja so 25% sind da ungefähr dazugekommen. Ähm, alles in allem haben sie hier, glaube ich, ja genau 44,44%, äh, gibt noch die Hälfte der Punkte. Die Finanzverschuldung und das Cash, also sie haben hier 23,9 Milliarden US-Dollar an Cash auf der Hand und 36,4 Milliarden an Finanzverschuldung. Das macht eine Nettoverschuldung von 12,5 Milliarden. Im Vergleich zu der Ertragskraft sieht das dann auch schon wieder ganz gut aus, also ein EBIT von, äh, mal 4 von 0,76. Dann die Current Ratio 1,9, das Bearing 0,15, der dynamische Verschuldungsgrad 0,59 und der Anlagendungsgrad als einzige schlechte Kennzahl hier mit 0,76, aber ansonsten sieht das wirklich super aus. Dann sind wir schon mit der Auswertung angelangt. Gerne auch mal ein Gefällt mir und ein Abo dalassen und auch gerne auf Facebook und Instagram abonnieren natürlich. Da sind wir auch auf beiden Plattformen vertreten. Gerne auch über eine Kanalmitgliedschaft oder sowas nachdenken. Wenn ihr mal einen Euro über habt, könnt ihr uns da gerne unterstützen, auch weil wir zum Beispiel dieses Video hier nicht monetarisieren können, weil eben Intel uns da urheberrechtlich sofort verklagen würde. Deshalb bitte hier, äh, ja, wenn ihr einen Euro über habt, uns gerne unterstützen. Da wären wir sehr, sehr dankbar drüber. Hier seht ihr die operative Stärke. Da haben sie gut abgeschnitten, bis auf eben bei den Steigerungen, aber ansonsten die Margen und so sind wirklich grandios. 31 von 38 möglichen Punkten beziehungsweise 82%. Bei der finanziellen Stabilität auch sehr, sehr gut abgeschnitten. Insgesamt haben sie hier 74% geerntet. Kommen wir dann zur Auswertung gesamt. Und zwar 56 von 72 möglichen Punkten haben sie erreicht und 78%, also wirklich ein super Rating. Die Chance, das Risiko und ob sie in meinem Depot sind, könnt ihr jetzt sehen. Also die Chance sehe ich doch als schon gut. Vor allem eben auf Hinblick mit der neuen Strategie, dem neuen CEO, der den Umbruch einleitet und auch Mobileye. Ich glaube, das kann gar nicht so kleiner Bestandteil von Intel in, ja, der mittelfristigen Sicht hier werden. Ich glaube auch, dass sie mit einem höheren Multiple als 11 hier irgendwann mal bewertet werden könnten, wenn eben diese Faktoren alle mal in die Kommunikationspolitik mit einspielen von Intel. Intel hält sich da eigentlich relativ bedeckt meistens und preist sich dann nicht unbedingt so enorm an wie andere Firmen in dem Bereich und natürlich auch die Wachstumsraten wieder etwas vielversprechender eben die nächsten Jahre werden oder natürlich nicht unbedingt die nächsten Jahre, aber mittelfristig und auch die Margen dann mittelfristig sich wieder anheben. Deshalb glaube ich schon, dass die Chance da relativ gut ist. Das Risiko ist natürlich auch da, wobei hinter Intel immer noch ein sehr, sehr ertragsreicher Konzern steht. Also ich denke mal, viel Geld verdienen wird, viel Geld verlieren wird man mit Intel in den nächsten Jahren definitiv nicht, weil sie eigentlich schon an Downside-Potenzial eigentlich fast schon ausgeschöpft sind. Also natürlich, eine Aktie kann immer bis 0 Euro fallen, das ist klar und weiter runter geht es im Endeffekt immer, aber ich denke mal, wenn man sich die operative Stärke dahinter anguckt, sieht man schon, dass das Downside-Potenzial bald dann voll ausgeschöpft sein sollte und ich denke mal, das Risiko hält sich da schon in Grenzen. Das Aktienrisiko, das unternehmerische Risiko ist natürlich trotzdem gegeben, sollte der Strategieplan nicht aufgehen und sollte TSMC weiterhin die Technologieführerschaft behalten, dann ist natürlich schon hier ein relativ großes Risiko für Intel gegeben, weil sie dann eben diesen High-End-Markt einfach nicht mehr wirklich bedienen können. Trotzdem ist auch die Marke Intel in meinen Augen eine Risikoabsicherung, weil einfach die Marke Intel, sobald die auf einem Laptop steht, wird die von vielen Kunden, die sich jetzt eben nicht so auskennen mit PCs, als gut empfunden und AMD kennen da glaube ich viele auch noch gar nicht, außer jetzt natürlich in der Gamer- und in der PC-Szene direkt oder auch natürlich in der Aktienszene hier oder in der Finanzszene, aber generell, wenn jetzt zum Beispiel Tante Erna sich einen PC kauft und Intel liest, dann verbindet sie das eigentlich mit Qualität, genauso wie zum Beispiel VW diesen Vorteil vor Tesla hat, dass Tante Erna das mit Qualität verbinden wird und das ist denke ich auch noch ein Vorteil hier fürs Risiko, also ich glaube, dass das Risiko sich definitiv hier in Grenzen hält eben bei Intel. Mein Depot, sie sind in meinem Depot, ich finde es immer noch eine aussichtliche Aktie aufgrund der Bewertung und deshalb werde ich sie definitiv auch in meinem Depot behalten. Das war das Video hier zu Intel, ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal auf Aktienfieber, bis dahin eine gute Zeit, ciao.